Die meisten von euch sind super sportlich auf ihren Mountainbikes unterwegs, aber viele wollen ihr Mountainbike auch im Alltag benutzen und dafür haben wir von SKS den Infinity Universal Gepäckträger erfunden und made in Germany gebaut. Der wird tatsächlich hier in Sundern gemacht, ist aus super stabilem Aluminium hergestellt und wird, wie man hier sieht, an der Sitzstrebe montiert. Wenn ihr den Gepäckträger montieren wollt, ist das super einfach. Findet ihr auf dem SKS Kanal bei YouTube ein Tutorial, wie man das macht. Das geht relativ schnell, vor allem wenn man ein bisschen geübt ist und dann könnt ihr ihn super leicht auch einfach dran machen und wieder abmachen, je nachdem ob ihr jetzt sportlich fahrt oder im Alltag unterwegs sein wollt oder Bikepacking macht und so weiter. Dann weitere Features, vielleicht noch zum Gewicht, dass man beladen kann, 12 Kilogramm kann man hier drauf machen. Dann gibt es hier die Mudguards dazu, jeweils Front und Rear, kann man auch einzeln kaufen. Die kann man hier direkt an dem Infinity Universal befestigen. Es gibt das Backlight, was ihr hier befestigen könnt, ganz einfach. Zusätzliche Features, natürlich will man den auch beladen. Hier ist die SKS Topback mit dem Mixsystem, das man hier direkt einklicken kann und ihr könnt auch jede weitere Mixsystemtasche befestigen und Seitentaschen kann man sowieso alle benutzen. Ihr könnt den Infinity Universal nicht nur auf dem Mountainbike benutzen, natürlich auf dem Gravelbike. Es gibt auch die Mudguards in zwei verschiedenen Breiten, für Gravelbikes natürlich ein bisschen schmaler und so gibt es einfach für alle Bikes eine tolle Lösung mit dem Infinity Universal und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, beim Bikepacking, im Alltag, beim zum Bäcker fahren, wo auch immer ihr hin wollt.